So schlimm? Na gut, nehme ich es eben raus. Ups, ich glaube ich bin zu weit geflogen. Wie jetzt? Sind die gekauft oder wie jetzt? Okay. So, Tiefenraum ist egal. Ups, das ist unten. Eine Galaxy X, oh Gott, das sagt mir irgendwie was. Ist doch glaube ich im C-Store drin, wenn mir das nicht irre. Galaxie X, ist das ein Kreuzer oder ist das ein Escortschiff? Ich mag lieber Escortschiffe, muss ich ehrlich sagen. So, ich guck mal nach, was du jetzt genommen meinst. Schiffe. Wahrscheinlich Klasse 6 Schiffe sind das, ne? Galaxie X, Galaxie X, Galaxie X. Oh Mann, 20% auf den ganzen Zeugrabatt und ich kann es mir nicht leisten, verdammte Scheiße hier. Riesenflunderschiff. Braucht man auch. Moment. Hä, was? Das Schiff ist... Schiff aus gestern, heute Morgen? Äh, meinst du, äh, das, äh, das, äh, das Schiff, äh, für PC für, ähm, oh Gott, Jubiläum, das man heute kriegt. Wenn du das meinst, das kriegen wir auf der Xbox erst, äh, ab 2. Februar sind die Jubiläumsdinger erst bei uns auf der Xbox und auf PS4. Beim PC ist das ja schon im Gange, da habe ich mich auch schon informiert. Aber bei der Xbox kommt es am 2. Februar. Warte mal, da kann ich mal nach... Ah, da war's. Okay, das meinst du nicht? Gut, ich hab's eben grad auch nicht gefunden. Ah, Scheiße, falsch gedrückt. Äh, war's ne, äh, S5-Klasse vielleicht? Weil S6 ist nicht gefunden. Gott, wieso kann man das nicht einfach nach Escort-Schiffen und so weiter sortieren? Das ist so zum Kotzen. Das haben sie richtig scheiße gebaut. Äh, Galaxy X, oh Gott, wo ist denn das Ding? Das Paket würde mich auch interessieren, muss ich ehrlich sagen. Der Markt ist jetzt nicht so zuhören. Der Markt ist nicht, aber ich kann es nicht nur noch nach dem Tja. Das war's noch nicht so. Das war's noch nicht so. Doppeln vor Ort. Glockenkimusik Das ist einstattel von der ganzen Welt. Die Tja fragt mich an, das wir mal nicht über die Herzen. Und den Tja fragt mich an, die Tja fragt mich an, keine Tja fragt mich an, was ich ein Ei. Die Tja fragt mich an, das war's noch nicht wahr? Du meinst bestimmt, dass es unter einem Paket drin ist, ne? Dann hab ich keine Ahnung, wo das ist. Aber gut, ist egal, ich hab sowieso nicht das Geld dafür, das zu holen. So. Payday. Das ist ein Galaxy Paket, ok? Mal gucken. Gut, also C-Store, Rabatt-Schiffe, Galaxie. Kumari? Batusk. Enterprise. Sieht irgendwie auch geil aus, wenn sich das so ansieht. Aber die meine ich. Galaxie, Forschungszerstörer, Deep Space Nine. Enterprise Era Paket. Cool. Ja, egal, äh, Galaxie, Fraktionseskord, Kreuzer, Schwerer, aber hier seh ich nichts mit Galaxie. Oder C. Also bei uns gibt's wohl kein Galaxie-Paket. Oder ich bin gerade blind. So, wo muss ich jetzt hin? Da hin. Ich bin gerade blind. Ich bin gerade blind. Ah, ja gut, das kann auch sein Achtung So, da hat das Auge schon mal viel lacht, dass scheiße die Combangs, die mir hier zugekommen sind. Das ist ein Foto-Schuss, das ist ein Foto-Schuss. 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 Oh verdammt. Was sind jetzt kaputt? Wo werden sie gehen? Es ist nicht wie die Voth, um ein Krieg zu verlassen, sie haben sicherlich gewonnen. Das ist ein Signal der Strecke für alle Säte in Rage. Das ist die Turei Homeworld. Wir sind unter Attacken von einer ungewöhnlichen Macht. Wir brauchen... Die Turei sind eine kulturelle Sprecher der Voyager in 2376. Sie behaupten dasselbe über die Underspace ist, die Korridoren durch die Subspace, die in der Delta Quadrant sehr schlossen werden. Der Kommand hat versucht, sie zu kontaktieren. Kein Erfolg. Die Underspace wäre eine bestimmte Vorteile für unsere Fleets. Das ist eine Möglichkeit. Zu meinem Wissen, die Voth und Turei sind nicht die Turei. Aber es gibt noch viel, was wir nicht wissen über die Delta Quadrant. Go. Was? Berg? Zwei Wochen nicht zocken? Warum das denn? Weil du Urlaub hast? Hä? Ach sooo... Ja dann ist was anderes. Ist doch gut. Könntest du ja nicht etwas mitnehmen, wenn du willst. Ach sooo... Ja gut... Das ist auch eine Idee. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Even the Borg, you might have ships such as these. Oh, my God! Haut das Schiff rein! Autsch! Das Schiff ist ja psychopathisch! Autsch! 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 Autsch!